Als zweiten Titel sang der Ruben Ich kenne nichts von Xavier Neider und machte das schon um einige Stücke besser als das Let Me Love You. Aber ich muss sagen, es war immer noch nicht so wirklich, dass so das wirkliche Gefühl rüberkam und er wirkte noch sehr lustlos. Im deutschen, also den deutschen Teil, den er dann sang, da klang das wesentlich besser. Also da wirkte schon eher gefühlvoller, aber es war auch lustlos. Also man merkte dieses Rumgerennen ja auch schon. Er war nervös hoch 10. Aber das Bemerkenswerteste eigentlich an dem Auftritt war, dass man sehr gut raushörte, dass man hier Autotune oder irgendwas anderes Effekt dahinter ist draufgeklatscht hat. Der H.P. Baxter meinte ja, super tolle warme Stimme, aber in Wirklichkeit klang die ja total elektronisch hell und mittelastig und nicht warm nach Bass oder sowas. Also DSDS faked hier die Auftritte akustisch nach und das ist schon erbärmlich. Jetzt geht's ja noch nicht hin. Und jetztア Mass mare ist es, dass man hier immer auf mich macht. Und jetzt geht's für mich.